Prüfung Telk und Goethe Start Deutsch 1 Das komplette Vokabular mit Dialogen Lektion 7 47 Wörter Los geht's! Alt Kaputt Reparieren Die Reparatur Mein Auto ist schon sehr alt. Es geht sehr leicht kaputt. Es geht sehr leicht kaputt. Ich habe es schon oft repariert. Die Reparatur ist immer sehr teuer. Die Reparatur ist immer sehr teuer. Fertig Verkaufen Ist dein Auto schon fertig? Ist dein Auto schon fertig? Nein! Besser ich verkauf es! Besser ich verkauf es! Die Straße Die Straßen Die Nummer Die Nummern Der Platz Die Plätze In welcher Straße wohnen Sie? Sie Welche Hausnummer haben Sie? In welcher Straße wohnen Sie? Wir wohnen am Messeplatz Nummer 5 Wir wohnen am Messeplatz Nummer 5 Schnell Schnell So schnell Der Fahrer Er fährt zu schnell Er fährt zu schnell Er fährt zu schnell Fahren Sie bitte nicht so schnell Fahren Sie bitte nicht so schnell Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen An 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 Der Kreuzung Die Ecke Die Ecken Fahren Sie an der nächsten Kreuzung nach rechts Fahren Sie an der nächsten Kreuzung nach rechts An der nächsten Ecke nach links An der nächsten Ecke nach links An der nächsten Ecke nach links Gültig Die Fahrkarte Die Fahrkarten Der Automat Oh je! Meine Fahrkarte ist nicht mehr gültig! Meine Fahrkarte ist nicht mehr gültig! Hast du schon eine Fahrkarte? Hast du schon eine Fahrkarte? Nein, Fahrkarten gibt es nur am Automaten! Fahrkarten gibt es nur am Automaten! Wann fährt der nächste Bus? Wann fährt der nächste Bus? Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr Schnell! Der Bus steht schon an der Haltestelle Schnell! Der Bus steht schon an der Haltestelle Der Platz Die Plätze Besetzt Tut mir leid! Der Platz ist besetzt! Tut mir leid! Der Platz ist besetzt! Aussteigen Die Haltestelle Ich fahre zum Zoo Wo muss ich aussteigen? Ich fahre zum Zoo Wo muss ich aussteigen? An der nächsten Haltestelle An der nächsten Haltestelle Zu Zum Bahnhof Weiter Die Durchsage Die Durchsagen Wohin? Der Bus fährt zum Bahnhof Dann weiter zum Rathaus Ich habe die Durchsage nicht verstanden Wohin fährt der Bus? Ich habe die Durchsage nicht verstanden Wohin fährt der Bus? Die S-Bahn Schließen Lesen Ich nehme lieber die S-Bahn Ich nehme lieber die S-Bahn Vorsicht! Die Türen schließen Vorsicht! Die Türen schließen Ich lese ein Buch von Garcia Marquez Ich lese ein Buch von Garcia Marquez Reisen Nach Nach München Zurück Einfach Das Ticket Die Tickets Die Klasse Die Klasse Ich reise gern Ich reise gern Ich fahre nach München Ich fahre nach München Hin und zurück? Hin und zurück? Nein, bitte nur einfach! Nein, bitte nur einfach! Wie viel kostet das Ticket? Wie viel kostet das Ticket? Erste oder zweite Klasse? Erste oder zweite Klasse? Ich fahre immer zweite Klasse Ich fahre immer zweite Klasse Ich fahre immer zweite Klasse Zweiundfünfzig Euro Zweiundfünfzig Euro Lange Die Sekunde Die Sekunden Die Minute Die Minuten Die Stunde Die Stunde Wie lange fährt der Zug von Zürich nach Stuttgart? Wie lange fährt der Zug von Zürich nach Stuttgart? Zwei Stunden fünfundfünfzig Minuten Zwei Stunden fünfundfünfzig Minuten Ankommen Die Abfahrt Die Ankunft Die Ankunft Alles Der Dank Schön Wann kommt dieser Zug in Stuttgart an? Wann Wann kommt dieser Zug in Stuttgart an? Auf diesem Plan steht nur die Abfahrtszeit der Züge Auf diesem Plan steht nur die Abfahrtszeit der Züge Die Ankunft ist um 13 Uhr Die Ankunft ist um 13 Uhr 32 Die Ankunft ist um 13 Uhr 32 Vielen Dank Das ist alles Vielen Dank Schönen Urlaub Schönen Urlaub Schönen Urlaub Die Ankunft Schönen Urlaub Vielen Dank.